Ja, und noch einmal herzliches Willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Business-Doc-Podcasts Arzt als Unternehmer. Mit diesem Podcast unterstützen wir euch und Sie auf dem Weg in die Selbstständigkeit und behandeln Themen, die auch über die klassischen Bereiche der Medizin hinausgehen und geben Tipps für eben diese Selbstständigkeit auf dem Weg zum Unternehmer. Aber auch als erfahrener und etablierter Arzt gibt es hier immer wieder kostbare Hinweise für die Praxis und fürs Unternehmen, denn unser Anspruch ist, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Mein Name ist Oliver Neumann und ich begleite den Arzt bei allen wirtschaftlichen Fragen auf dem Weg zum Unternehmer in die eigene Praxis. Ich freue mich heute wirklich sehr. Ich habe einen ganz besonderen Gast heute. Ich habe immer besondere Gäste. Ich weiß, dass ich das sage, aber in diesem Fall stimmt es wirklich. Ich habe einen jungen Russen heute zu Gast, der einen tollen Lebenslauf hat und der vor allen Dingen ein Selfmade-Man geworden ist und der sich sehr, sehr früh durchsetzen musste. Sergej Walter, der mit dem Alter von zehn Jahren nach Berlin umgezogen ist, mit 14 Jahren die Entscheidung treffen musste, ob er Tennisprofi wird oder ob er sich der Ausbildung, die er vorhatte, hingibt. Also er hat dann studiert in London und hat sich unabhängig gemacht von seinem Elternhaus. Er hat einen Studienkredit aufgenommen und hat dann eine große, nach dem Studium, eine Agentur, OSMIM Marketing Agency aufgebaut, um eben im Arzt- und Medizinerbereich tätig zu werden. Er gestaltet also heute Web- und Internetpräsenzen, ist also eine Full-Service-Agentur für den medizinischen Bereich, hat sich sehr auf Zahnärzte spezialisiert und deshalb ist er heute auch hier. Sein Team besteht heute aus elf Personen, sechs Festangestellte und fünf in der Welt verteilte Freelancer. Ihm ist sehr wichtig, dass seine Kunden eine hohe Kundenzufriedenheit haben und es ist ganz, ganz wichtig für ihn, dass diese Praxis-Marketing-Agentur für den Kunden da ist und mit dem Kunden wächst. Neue Kunden, er nennt das tatsächlich an der einen oder anderen Stelle Kunden, nicht nur Patienten generiert. Sich also auch einen Patienten- und Kundenstamm aufzubauen, den zu erweitern und neue Wege auf dem Weg der Medizin zu gehen, finde ich wirklich hochspannend. Wir sprechen darüber, wo ist der Unterschied Arzt- und Zahnarztpraxis? Ist der Zahnarzt vielleicht mehr Unternehmer als der Arzt? Und das einfach mal provokativ in den Raum zu stellen. Und er schafft für, oder möchte für seine Patienten mehr Reichweite schaffen und er möchte vor allen Dingen auch sichere, gute Arbeitsplätze schaffen. Also ein hochinteressanter Mann, ganz junger Mensch, der ebenfalls auf mich zugekommen ist und den ich nur über diesen Podcast kennengelernt habe. Für mich immer wieder ein gutes Zeichen, dass wir mit dieser Idee des Podcasts und auch mit dem Thema Business Talk Menschen erreichen, die wir sonst wahrscheinlich nie erreicht hätten und dass da Synergien-Netzwerke entstehen. Freut euch drauf. Die Agentur, Osmim-Agentur, ist auch als Partner bei der Veranstaltung Startup Praxis am 6.7.2019 im Signal Iduna Park dabei. Da habt ihr, da haben sie die Möglichkeit, den Sergei Walter auch mal persönlich kennenzulernen. Er ist mit seinem Team vor Ort und steht für alle Fragen zur Verfügung. Er ist auch als Partner präsent. Also freut euch drauf. Es ist wirklich ein tolles Interview geworden. Freue mich sehr. Also alles Gute, alles Liebe und jetzt viel Spaß mit Sergei Walter im neuen Business Talk Podcast. Ja, herzlich willkommen, lieber Sergei, nochmal hier im Business Talk Podcast. Freue mich wirklich sehr, dass das geklappt hat. Den ersten Termin musste ich ja leider canceln oder absagen. Jetzt sind wir heute zusammengekommen. Freue mich sehr, du bist live aus Berlin zugeschaltet. Ich steige jetzt mal einfach ein mit meiner Frage, wer ist Sergei Walter, was macht er beruflich und privat in eigenen Worten? Erstmal bedanke ich mich für die Möglichkeit, Oliver. Wer bin ich? Die Frage stellt man sich jetzt nicht wirklich tagtäglich, aber mein Name ist Sergei Walter. Ich bin ein Unternehmer. Mit 19 habe ich die Osmim Marketing Agency gegründet und seit drei Jahren ist daraus ein großes Team entstanden, welches einer Menge von Ärzten geholfen hat. Internet erfolgreich auszunutzen. Privat bist du, wir haben gerade im Vorfeld schon ein bisschen gesprochen, du warst mal so auf dem Scheideweg, wirst du Tennisprofi oder gehst du in die unternehmerische Laufbahn? Du hast dich dann für die unternehmerische Laufbahn entschieden. Kannst du nochmal zwei Sätze zu deiner sportlichen Karriere oder zu deiner privaten Karriere sagen? Ja, ich habe mit viereinhalb mit Sport angefangen, Fußball, Tennis, Karate, Golf. Meine Eltern haben experimentiert. Ich habe denen drum gebeten, ich möchte mehr ausprobieren, mehr Sportarten. Und dann mit 14 mussten die Eltern die Entscheidung treffen, ob ich die sportliche Laufbahn gehe oder in die Richtung der Bildung mich fokussieren soll. Und dann haben sie sich für die Bildung entschieden, da musste ich mit Tennis aufhören. Aber ich freue mich, das ist wie Sport, aber man kann es viel länger spielen. Also Tenniskarriere würde mit 35, 40 mit kaputten Enkeln, kaputten Schultern usw. enden. Ja, ganz schöner Satz, weil ich finde, das zeigt ja so ein bisschen, dass das Thema Sport eigentlich ja auch dazu beitragen kann, dass man ein gewisses Durchhaltevermögen hat, dass man vielleicht auch Ehrgeiz hat, sich in eine gewisse Richtung zu entwickeln, aber eben auch, dass Sport eben auch zeigen kann, dass vielleicht irgendwann Grenzen gesetzt sind und dass es andere Wege gibt, wo man sich verwirklichen kann. Würdest du denn sagen, dass das Thema Sport dir jetzt hilft heute? Genau bei den Themen, die ich gerade angesprochen habe, also Ehrgeiz, Wille zum Weiterkommen? Genau, also dieses Durchhaltevermögen, dieses ständige Ausprobieren, dieses nochmal versuchen. Okay, das war mitvollziehend. Ein Spiel verloren, wartet noch tausende auf dich. Sind deine Eltern irgendwie unternehmerisch geprägt? Hast du das Thema Unternehmer sein von denen mitbekommen? Ja, mein Vater ist so ein Workaholic, also arbeitet von 8 bis 23 Uhr, weil halt ich noch einen kleinen Bruder, kleine Schwester habe. Meine Mutter passt auf das ganze Zuhause auf und mein Vater kümmert sich, dass wir in guten Verhältnissen aufwachsen. Und das Thema Marketing, ist das etwas, was du für dich selbst als lohnenswert empfunden hast oder was dir Spaß macht? Oder ist dein Vater auch in der Branche tätig? Nee, gar nicht. Also mit Marketing kam ich im Studium, in Verbindung und das hat mein Interesse erweckt. Und jetzt habe ich das mit meiner Laufbahn, meiner Karriere gemacht. Man hört es ja ein bisschen an dem Akzent, du bist nicht gebürtig aus Deutschland, du bist aus Russland gekommen mit deinen Eltern irgendwann, hast einen sehr geraden Weg, einen sehr geradlinigen Weg beschritten. Ich habe mir natürlich im Vorfeld auch mal so ein bisschen eure Webseite oder deine Internetseite oder deine Agentur angeschaut. Ich finde, das ist alles sehr klar, sehr strukturiert. Bist du ein klarer, strukturierter Mensch? Vor allem in meinem Alltag. Bei mir ist fast jede Stunde ausgeschrieben. Ich weiß, was ich nach dem Interview machen werde. Ich wusste, was ich vor unserem Interview machen musste, heute Morgen, gestern Abend. Und es ist sehr strukturiert und diese Disziplin ermöglicht mir wirklich dann aus meinem Tag das Beste rauszuziehen. Ich bin jung, unsere Agentur ist jung und das Einzige, was wir haben, ist Zeit genug davon. Und das nutzen wir dann aus. Und die Disziplin ermöglicht es wirklich effizient auszunutzen. Kannst du mal so ein bisschen was zu dem sagen, was du heute machst? Also du hast gerade ja schon so zwei, drei Sätze dazu gesagt, dass ihr begleitet Ärzte oder ihr habt eine spezielle Marketingagentur, eine Praxismarketingagentur, um Ärzte, ich sage mal, sichtbarer zu machen. Ich habe für mich im Intro schon ein bisschen erklärt, ich habe euch als Full-Service-Agentur begleitet, also von Print bis Online, aber ja sehr stark online. Was mir aufgefallen ist, vielleicht noch als kleines Beiwort, ihr legt sehr viel Wert auf eine hohe Kundenzufriedenheit und auch eine sehr starke Interaktion mit euren Kunden. Kannst du noch mal kurz sagen, was ihr macht? Wo ist der Schwerpunkt? Also allgemein helfen wir Ärzten, kurz-, mittel- und langfristige Ziele in der digitalen Welt mit Hilfe von modernsten Methoden zu erreichen. Darunter fällt Tintengewirrung, Mitarbeitersuche, Steigerung des Rufs der Klinik oder Praxis. Und erstmal haben wir uns nur auf Zahnärzte fokussiert. Warum? In meiner Kindheit hatte ich ständig Angst, besonders vor einem Zahnbesuch. Und im Studium kam ich halt, wie gesagt, in Berührung mit Marketing. Und dann habe ich mir überlegt, okay, ich möchte jetzt unabhängig werden. Ich möchte etwas Eigenes versuchen, wirklich ein Experiment starten. Und dann habe ich gedacht, was gibt es Spannendes zum Ausprobieren, als Menschen wie mich von etwas zu überzeugen, wovon ich mich selber nicht überzeugen ließ. Also begann ich erstmal mit Zahnärzten zu arbeiten, denen zu helfen. Menschen wie mich mit Sorgen für eine Behandlung richtig anzusprechen. Das war das erste Ziel. Und es hat sich dann als erfolgreich erwiesen. Jetzt sind wir ein großes Team, um Ärzten, deren Ziele in der digitalen Welt zu erreichen. Muss ich direkt nachfragen. Wie hast du das gemacht? Das ist eine große Herausforderung. Also bei mir war es jetzt zeitlich ein bisschen versetzt, aber ich hatte genau die gleichen Ängste wie du vom Zahnarzt. Ich bin also auch unglaublich ungern hingegangen. Das ist mittlerweile komplett anders. Aber wie hast du es geschafft, mit der Ansprache, wie du es genannt hast, schon den Leuten die Sorge zu nehmen vor dem Zahnarztbesuch? Wie macht ihr das? Es ist wie bei einer Behandlung bei jedem Arzt. Man bekommt den Patienten, der setzt sich hin, man stellt sich vor, man öffnet sich, man versucht eine persönliche Bindung mit jedem Patienten aufzubauen. Und das versuchen wir auch online oder auf den Plattformen aufzubauen, die für die Zielgruppe, die uns ein Arzt vorgibt, passend sind. Sei es online, sei es in der Zeitung, sei es in Form von Podcasts oder Werbeanzeigen. Wir versuchen vor allem erstmal diese persönliche Bindung mit einem Patienten aufzubauen, weil das ist genau das Gleiche, was jeder Arzt bei einem Termin macht. Aber ich glaube, das ist natürlich unglaublich schwer. Die Persönlichkeit des Arztes auf der einen Seite, also im B2B, im 1 zu 1 Gespräch, aber das so rauszukitzeln. Ist das eure Expertise? Also wirklich diese, ich nenne es jetzt mal Storytelling, also diese Geschichte schon zu erzählen und Lust zu wecken, Mensch, den möchte ich kennenlernen, der kann mir wirklich die Sorge vor dem Besuch nehmen? Also ich, also wo ist unsere Expertise? Ich würde jetzt ungern so zu technisch werden, also aber grob gesagt, die gesamte digitale Welt ist unsere Platte, ist unsere Tiere. Damit sind wir aufgewachsen oder wie eine meiner Mitgründerinnen sagen wird, es ist ein Teil von unserer DNA und wir wissen, wo sich die Aufmerksamkeit der angesprochenen Zielgruppe befindet. Und dadurch, dass wir ausschließlich mit Ärzten arbeiten, könnten wir diverse Strategien erstmal ausprobieren. Und dadurch betrachten wir Marketing als ein Rundum-Service, sowohl eine schöne Webseite als auch SEO, anders gesagt, die Google-Rating, wirken kombiniert mit Social Media einen immens hohen Nutzen. Und vor allem, wenn wir jetzt über uns sprechen, und bei unserer Expertise würde ich sagen, haben wir Feuer und sind fleißig. Wir sind jung, wir haben keine Kinder, mit denen man ins Urlaub fahren muss oder eine Ehepartnerin, die man ins Theater ausführen sollte. Wir haben Zeit und können uns voll und ganz auf die Ziele unserer Ärzte fokussieren. Die strukturierte und harte Arbeit ist unsere einzige Chance, die Märkte zu erobern, die wir uns auswählen. Ist das auch ein Teil des Unternehmertums, dass man vielleicht anfangs, also in den ersten Jahren, viel tun muss, um diese Expertise, die man hat, die du jetzt gerade sehr schön beschrieben hast, auch den Kunden deutlich zu machen? Also ich meine, viele versprechen sich ja von dem Thema Selbstständigkeit, Unternehmertum, schönes Leben, Urlaub, Jachten, Flugzeuge. Ich meine, guck auf Social Media, da siehst du ja immer die Leute, die sich so präsentieren. Du beschreibst es aber gerade von einer ganz anderen Seite. Ist das das Unternehmertum, vielleicht in den ersten Jahren, das schon ein bisschen anders ist und das vielleicht auch, ich sag mal, du dann dem Arzt das besser deutlich machen kannst, wenn du selber Unternehmer bist? Oft schon. Also für mich Unternehmertum sind nicht die Endziele, sondern der Prozess. Man muss sich mit diesem Prozess wirklich verlieben. Weil die harte Arbeit ist das, was damit kommt und wenn man sich ständig an die Ziele fokussiert und man träumerisch über die Yachten oder Autos nachdenkt, dann vergisst man dieses tägliche Wiederholen, tägliche Ausprobieren, tägliches Optimieren. Gibt es denn für euch eine große Vision, ein Ziel, was dahinter steht? Was wollt ihr erreichen? Wo wollt ihr hin? Erstmal möchten wir möglichst vielen Ärzten helfen, diesen Grundgedanken von Angst bei den Patienten zu lösen. Und auf dem Weg bauen wir unsere eigene Marketing-Werkzeug, Marketing-Motor auf, was wir dann später für jegliche Art von Unternehmen nutzen werden. Als langfristiges Ziel werden wir nicht mehr aktuelle, nicht mehr relevante Unternehmen aufkaufen, die Unternehmen durch dieses Motor, durch dieses Marketing-Werkzeug laufen lassen und daraus eine relevanten, aktuellen, populäre Marke, populäre Brand, populäres Unternehmen wird daraus rauskommen. Und so werden wir unterschiedliche Branchen ausprobieren, so werden wir mehrseitige Aufgabenfelder überarbeiten. Und das wäre unsere so längerfristige Situation. Also wir sagen, wir nehmen so eine Puma, die jetzt nicht super populär ist, wie sagen wir in den 60er oder 70er Jahren. Und nach einiger Zeit nutzen wir unsere Strategien, unsere Marketing-Methoden aus, um das Puma für das Zehnfache am Ende zu verkaufen, weil das Puma jeder trägt, jeder redet darüber, weil wir es halt richtig vermarkten. Okay. Wenn ich nochmal auf den Arzt komme, also dieses Thema Sichtbarkeit in der Arztbranche, also der Dentalmarkt, der Zahnarztmarkt, ist ja ein Markt, der sehr viel tut in dem Segment. Also mehr als Humanmediziner zum Beispiel im Augenblick noch. Siehst du da einen Unterschied? Weil ich glaube, wenn ich heute ja jetzt als Humanmediziner zu dir kommen würde, zu eurer Agentur kommen würde, ihr würdet ja auch da versuchen, mich noch sichtbarer zu machen. Aber siehst du im Augenblick noch einen Unterschied zwischen den Humanmedizinern und den Zahnmedizinern? Nicht wirklich, ehrlich gesagt. Ich finde, Oliver, diese Sichtbarkeit, was du gesagt hast, ist das Einzige, was wirklich zählt. Als Arzt sind ihre Kompetenzen und die Bildung Standard, Industriestandard. Jeder Arzt muss Menschen machen dürfen. Einer ist etwas mehr gebildet, der andere etwas weniger, aber damit hielt man sich heutzutage nicht von der Konkurrenz ab. Das Einzige, was immer in der Geschichte der Menschheit die wichtigste Rolle gespielt hat, ist, was Sie, Oliver, als Sichtbarkeit in der Frage genannt haben. Oder ich es eher als Aufmerksamkeit bezeichnen. Egal, ob Sie mehr Implantatpatienten gewinnen möchten oder versuchen, neue Mitarbeiter für Ihre Klinik, für Ihr Krankenhaus zu finden. Erstmal müssen Sie sich fragen, wo befindet sich aktuell die Aufmerksamkeit dieser Menschen, die ich ansprechen möchte. Wo und womit verbringen sie die meiste Zeit? Vor 100 Jahren liest fast jeder Mensch, unabhängig vom Alter, Zeitungen und die Unternehmen, die diese Quelle effizient ausgenutzt haben, waren erfolgreich und aktuell. Im Vergleich aber zu den 80er, 90er Jahren verbringen mehr Menschen heute mehr Zeit im Internet. Und dann müssen Sie sich als Arzt fragen, wie nutze ich das aus? Wie nutze ich das aus, um meine Ziele zu erreichen? Ob Sie sich für die überteuerte Werbung in Zeitungen entscheiden oder Werbung in der Google-Suche austesten, ist nur Ihnen überlassen. Bloß wundern Sie sich nicht, warum der Konkurrent auf einmal auf der anderen Straßenseite nach und nach ihre Patienten für sich gewinnt und die anderen Menschen aus der Umgebung sich auf einmal für seine Praxis oder Klinik entscheiden. Okay. Also das heißt, ich muss tatsächlich als Arzt, und da kommen wir wieder auf unser Thema, das Unternehmertum beim Arzt sein, ich muss als Unternehmer eben, als Arzt eben Unternehmer oder unternehmerischer denken, damit ich tatsächlich meine Konkurrenzsituation im Blick habe, aber auch die Entwicklung im digitalen Segment, im digitalen Markt. Du hast es gerade schön beschrieben, wir haben sehr lange in Printmedien gedacht, wir haben sehr lange in Fernsehwerbung gedacht, ist die Zukunft digitaler? Und wenn ja, wie nutze ich für mich noch mehr diese Zukunft aus? Also ich bin ja der Arzt, aber was ist mit meinem Patienten? Also der junge Patient, der guckt natürlich, also ich höre jeden Tag, wenn ich mich mit jungen Menschen unterhalte, ich suche meinen Arzt nicht in der Zeitung, ich suche ihn nicht in irgendwelchen TV-Spots, sondern ich suche ihn tatsächlich im Netz und ich informiere mich auch über ihn im Netz. Das heißt, muss allein seine Webpräsenz schon so gut sein, dass ich die Angst, die du ja vorhin beschrieben hast, mir nehmen lasse durch eine gute Webpräsenz, durch gute Fotos, durch einen guten Aufbau meiner Homepage. Sind das die Mittel für die Zukunft? Die Zukunft wird zeigen, aber worüber ich spreche seit heute. Heute ist von Preis-Leistungs-Verhältnis das Internet das beste Angebot. Das wird aber in fünf oder zehn oder wie viele Jahren verschwinden, wie die Zeitungen aktuell waren, wie Radio-Werbung, irgendwann vor 100 Jahren war Fernsehwerbung oder Radio-Werbung das Beste, was sie als Unternehmer, als Arzt ausnutzen können. Heute ist es Internet und ob sie Patienten gewinnen möchten, ob sie neue Mitarbeiter suchen oder Image aufbauen möchten, dafür ist es gedacht. Wenn ich jetzt als Arzt zu euch komme und sage, ich habe relativ wenig bis jetzt, also ich sage mal, ich habe eine Praxis übernommen gerade, ich möchte aber mein eigenes Personal Branding machen, ich möchte Aufmerksamkeit, das ist übrigens ein sehr schöner Begriff, ich möchte Sichtbarkeit haben, dann komme ich zu euch. Was könnt ihr mir alles anbieten? Also ihr macht ja wohl, ihr macht sowohl den Print-Bereich noch, also den ganz normalen, ich noch mal Flyer, aber eben auch den digitalen Bereich. Kannst du mal so einen Ablauf beschreiben, wie das funktionieren würde? Jetzt, wie wir den Arzt begleiten? Genau, wie ihr den Arzt begleitet und wie ihr mich beratet. Was würdet ihr mir raten, was brauche ich, damit ich sowohl regional als auch vielleicht überregional sichtbar bin? Also warum wir eigentlich unsere Arbeit so leben, Oliver, ist, dass jeder Arzt ein Unikat ist. Es ist immer wie eine neue Herausforderung. Jeder Standort, jede Zielgruppe, jedes vom Arzt definiertes Ziel hat seine eigenen Besonderheiten. Bei einem Arzt leben eher junge, motivierte Geschäftsleute in der Umgebung. Der andere Arzt möchte Rentner ansprechen. Bei einer Klinik fehlt am qualifizierten Personal. Der andere Krankenhaus möchte Geschäftsbeziehungen in der Umgebung aufordnen. Er hat eher wenig Konkurrenz, aber die Menschen eher ängstlich. Bei uns geht es allgemein zuhören und anreden. Also als erstes versuchen wir gemeinsam, korrekt Ziele zu definieren, kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Danach stellen wir unsere Strategien vor, um die gesetzten Ziele zu erreichen. Und weil bei uns vor allem um langfristige Verhältnisse geht und nicht um Geld zu verdienen, bieten wir die ersten, zum Beispiel 30 Tage unserer Arbeit, komplett kostenlos an. Wir möchten immer dem Arzt die Möglichkeit geben, in Ruhe, ohne Druck, unsere Arbeit zu beurteilen. Zu verstehen, ob wir wirklich die erhofften Resultate erreichen können. Wir möchten mit jeder einzelnen Klinik, mit jedem einzelnen Arzt, mit jeder Praxis gemeinsam wirklich wachsen. Die genauen Schritte und die gewünschte Arbeitsweise hängt sehr vom Arzt und seinen Ambitionen ab, aber am effektivsten erreicht man die Ziele wirklich als ein gemeinsames Ziel. Also wir möchten zum Beispiel monatlich, was wir umgesetzt haben, was erreicht wurde, was uns gelungen ist, was eher nicht. Und durch diesen permanenten Austausch wissen wir immer Bescheid, was funktioniert und was wir lieber ändern wollen. Okay, das ist ja auch interessant. Muss ich mal kurz rein. Also auf der einen Seite sagst du, ihr habt den Anspruch, dass der Kunde so zufrieden ist, dass ihr dem zunächst mal die ersten 30 Tage eurer Zusammenarbeit kostenlos anbietet. Und in dem Moment kann er entscheiden, ja, was die Agentur leistet, ist mir so viel wert, ich möchte gerne weitermachen. Also das geht schon mal in Vorleistung. Ist das richtig? Genau. Okay, zum Zweiten sagt ihr, es gibt ein monatliches Reporting und aus dem Reporting kann ich dann wiederum sehen, was mein Kapital, mein Invest, den ich eingesetzt habe, jetzt in diesem Monat schon gebracht hat. Also bezogen auf, du hast vorhin das Thema Google, SEO und so weiter angesprochen. Ich kriege also ein monatliches Feedback von euch. Genau. Okay, also ich bin gerade total erstaunt, weil das ist ein ganz neuer Weg der Kundenansprache, weil ich sage mal, viele sagen ja, okay, wir machen das und dann wundert man sich immer so als Kunde, Mensch, zwei, drei Monate höre ich nichts und dann weiß man nie, was passiert. Das ist auch der Grund, warum sich viele Kunden auch dagegen entscheiden, weiter mit einer Marketing-Tour zu arbeiten, weil dieses Verständnis fehlt. Okay, was haben wir im letzten Monat erreicht? Hat sich da irgendwas verändert zum Vormonat? Haben wir aus den Fehlern vom Vormonat gelernt oder nicht? Und wenn ein Arzt jeden Monat dieses Gefühl hat von Zufriedenheit, Gefühl hat, okay, die Leute versuchen jeden Monat was Neues, die sind nicht mit Social Media verliebt und wenn morgen, wir sind, Oliver, wissen Sie, morgen kann Social Media verschwinden, Facebook und Instagram können geschlossen sein, wir werden dann auf den Markt reagieren müssen. Vielleicht werden Amazon Alexa oder HomePod von Apple in den nächsten zwei Jahren in jedem Haus stehen. Dann werden wir für Ärzte diese Qualität dieses Kanal ausdrücken lassen. Das heißt, ihr müsst natürlich auch immer die Zeichen der Zeit erkennen, am Markt absolut präsent sein, um euren Kunden das bieten zu können. Aber nochmal, das ist insofern hochinteressant, weil ich eben viele höre, die nach einer kurzen Zeit, wie du es gerade gesagt hast, relativ unzufrieden sind mit der Begleitung der Agentur, weil die Ergebnisse für viele Agenturen ja auch ein Spiegel sind, ist das, was ich gemacht habe, gut oder nicht gut. Und ihr bietet dem Arzt ja in dem Moment tatsächlich die Möglichkeit an, auch auf ja vielleicht negative Entwicklungen unmittelbar reagieren zu können und damit natürlich auch eine unheimlich hohe Präsenz in dem Kundensegment zu haben, das ich erreichen will. Ich habe mir auch aufgeschrieben von eurer Internetseite, ihr generiert komplett neue Patientengruppen, nämlich die, die der Arzt sich wünscht oder haben möchte in der Zukunft. Ist das richtig? Genau. Also der Arzt möchte die und die Zielgruppe ansprechen, wir schauen uns den Markt an, wir schauen uns die Plattformen an, wo sich diese Menschen befinden, ob es offline ist, ob es online ist und dann versuchen wir diese Möglichkeit das Beste aufzumachen. Ja, super. Ich habe noch eine Begrifflichkeit gesehen, die ich auf vielen Seiten, die jetzt sich so im Praxismarketing tummeln, nicht zu finden ist. Das ist das Thema, ihr habt geschrieben, wir helfen dem Patienten einen Kundenstamm aufzubauen und zu halten. Also ich meine jetzt nicht aufbauen und halten, sondern ich meine Kundenstamm. Ihr sprecht nicht vom Patienten, ihr sprecht vom Kunden. Das ist ja ein großer Unterschied, wenn ich überlege, habe ich einen Patienten und der Patient ist weg, wenn es ihm nicht mehr so gut geht, beziehungsweise wenn es ihm wieder gut geht, genau, also ich mache ihn gesund und mein Patient ist nicht mehr da, aber wenn ich einen Kunden habe, dann kann ich meinen Kunden ja weiter begleiten. Also ist das eine bewusste Ansprache in Richtung Kunde? Ja, wie ich schon davor angesprochen habe, diese persönliche Bindung. Wenn man als Arzt das erreicht, mit dem Kunden eine Beziehung aufzubauen, eine persönliche Bindung auf unterschiedlichen Levels, auf unterschiedlichen Ebenen aufzubauen, dann führt er sich langfristig immer an Sie als Arzt, als der Experte. Okay, hochinteressant. Also immer ein ganz anderer Zugang zum Patienten und auch ein ganz anderer Zugang in die Branche hinein, finde ich hochspannend. Wenn wir jetzt nochmal gucken, es gibt ja sehr viele Möglichkeiten für den Arzt, sich darzustellen, aber nicht alle nutzen wirklich alle gut. Habt ihr zum Beispiel Erfahrungen mit dem Thema Bewertungsportale gemacht? Bewertungsportale, also die Bewertungsportale sind überschätzt. Leider, leider, leider kann man heute sehr leicht die Patienten irreführen. Man kann fast jede Bewertung löschen. Man kann täglich Bewertungen kaufen und auch wir merken, dass die Patienten das nach und nach feststellen und immer skeptischer werden. Aber ich bin heute ja da, um den Zuhörern und den Zuschauern etwas mehr mehr zu schaffen und Tipps zu geben. Also wie kann ich die Bewertungsportale als Arzt positiv nutzen? Ganz einfach. Indem man seine Zeit investiert, also auf den Portalen präsent ist. Zum Beispiel nehmen wir Jameda. Als Arzt können Sie dort Artikel verfassen. Je regelmäßiger Sie es tun, desto öfter wird Ihr Profil den Suchenden in der Umgebung bezeichnet. Das gleiche gilt auch für die Blog-Einträge auf der Webseite. Je mehr Sie veröffentlichen, desto höher wird Ihre Suchanzeige in der Google-Suche angezeigt. Das gleiche gilt für Podcast, Facebook und andere Vermarktungskanäle. Zeit ist Ihre wertvollste Investition. Aber wenn ich die nicht habe, ist das ein Teil Eurer Aufgabe, das mit zu steuern? Also zum Beispiel zu sagen, wir haben die Möglichkeit, inhaltlich ein paar Artikel zu schreiben oder die zumindest zu veröffentlichen mit dem Arzt zusammen abzustimmen? Genau, das machen wir tagtäglich. Wir sind keine Agentur, die Facebook-Posts veröffentlich oder in die Praxis kommt, um Fotos zu schießen, sondern wir schreiben Texte für die Webseite, wir kommen in die Praxis, machen ein Q&A mit dem Arzt, wir stellen seine Mitarbeiter vor, wir gehen in Film, Konferenzen, versuchen neue Mitarbeiter zu finden und so weiter und so fort. Wenn man mal so ein bisschen guckt, der Arzt ist ja bezogen auf seine Region gebunden an seinen Praxisstandort. Haltet ihr Dinge für möglich, die über den Praxisstandort hinausgehen? Also gerade was das Thema Digitalisierung angeht, die Reichweite ist ja eine ganz andere. Also das Tourismus, das Art-Tourismus wie reine Möglichkeit, wenn sie als Arzt die Ressourcen haben, Menschen nicht nur aus der Umgebung zu bedienen, dann warum nicht? Da kann man auch weltweit Menschen ansprechen. Vor allem Ärzte in Deutschland sind ja sowieso als die Besten angesehen in der Welt. Ich wollte so ein bisschen auf das Thema hinaus, also was ist, wenn ich zum Beispiel eine hohe Expertise habe beziehungsweise eine hohe fachliche Kompetenz habe und diese hohe fachliche Kompetenz zum Beispiel in einem E-Book verfasse, du hast vorhin das Thema selbst angesprochen, Podcasting, kleine Videosequenzen, vielleicht Film drehen, vielleicht online eine Akademie aufbauen, um meine Expertise, die ich habe, eben vielleicht einen kleinen Kurs noch mit runterzuladen zu unterschiedlichen Themen. Ich weiß, es gibt sehr viele Zahnärzte, die selber zum Thema Implantate was entwickelt haben. Hältst du sowas für möglich, dass sich langfristig das etabliert? Da gibt es sehr unterschiedliche Meinungen zu. Also ich nehme mal ein E-Book zum Beispiel. Als Agentur unsere Meinung gegenüber solchen Themen ist, man soll den Patienten, den Kunden so wenig wie möglich Schritte erlauben bis zur Praxis. Wenn jemand ein Text bringt, der sich gerne solche E-Books durchliest, dann erreicht man den Text. Die Menschen, die eher sehr beschäftigt sind und passiv Inhalt konsumieren, wie zum Beispiel Podcast, dann startet man einen eigenen Podcast für die Geschäftsleute, die man erreichen möchte für die Praxis. Wenn man emotional orientierte Menschen erreichen möchte, dann dient dafür viel besser ein Video als bei der Google die Buchstaben sich zu lesen. Weil durch ein Video, durch ein Foto kann man viel mehr Image aufbauen, viel mehr von der Geschichte der Praxis vorzustellen. Je mehr, desto besser. Je weniger sie Schritte bis zum Patienten bauen, desto schneller wird der Patient sich an ihre Praxis wenden und langfristig wenden. Das heißt, ich kann über solche Maßnahmen langfristig auch schon meine Community aufbauen. Diese Community heißt hinterher, die wissen, die haben viel von mir gelesen im Netz, die haben viel von mir gesehen, die haben sich vielleicht einige Dinge von mir als Arzt schon mal angeschaut und dadurch binde ich die Patienten vielleicht in anderer Art und Weise schon. Wenn sie dann irgendwann jemanden suchen, dann schaffe ich vielleicht doch aus dem Kunden irgendwann einen Patienten. Genau, wenn sie im Jahr 2019 immer noch ausschließlich auf Mundpropaganda setzen und nicht aktiv Digitalisierung umsetzen, dann werden sie schnell relevant. Was bedeutet aktiv in diesem Kontext? Wenn sie sich permanent hinterfragen, wie lässt sich dieser Prozess optimieren? Wie kann ich meinen aktuellen Patienten den Aufenthalt vor Ort angenehmer gestalten? Wie kann ich neue Kanäle der Patientenakquise entdecken? Wie kann ich den Arbeitsalt meiner Mitarbeiter optimieren? Und heutzutage liegen viele Antworten in der Digitalisierung. Nochmal, also gerade das Thema Patientenakquise ist ja für viele ein Riesenthema und wird auch sehr gerne immer wieder genannt. Gibt es da so zwei Dinge, die du vielleicht mal sagen kannst, die wichtig sind bei dem Thema Patientenakquise oder welche Wege gibt es da, die ich wirklich gehen kann? Also ohne zu viel aus dem Nähkästchen zu plaudern, aber vielleicht einfach mal so zwei, Hinweise. Ein Hinweis zum Beispiel, Sie möchten Geschäftsleute ansprechen. Wo verbringen die meisten Geschäftsleute heutzutage Online-Zeit? Nicht auf Instagram, Facebook, sondern wenn wir zum Beispiel Social Media anschauen, eher auf LinkedIn sehen. LinkedIn wächst jetzt ganz stark, also können Sie versuchen einen Mehrwert diesem Geschäftsmann zu schaffen ein Text, ein Video oder ein Audiodatei. Wie schaffen Sie Mehrwert heutzutage durch zwei Arten von Entweder man bildet die Menschen oder man unterhält sie. Sie können zum Beispiel einen Artikel verfassen, wie als Zahnarzt, wie kann ich auf meinen Rücken beim Arbeitsalltag aufpassen. Sieben Tipps als Physiotherapeut oder wie kann ich tagtäglich auf der Arbeit meine Zähne gesund halten. Sieben Tipps dafür. Und wenn Sie ständig in diese Richtung von Mehrwert schaffen denken und nicht permanent Werbesprüche, Werbeslogans, wie toll wir sind, wie viel Erfahrung wir haben, wie viele Patienten wir bedient haben, dann keiner möchte heutzutage angeworben werden. Und wenn Sie wirklich versuchen, die Menschen entweder zu bilden oder zu unterhalten, dann werden die Menschen es anerkennen. Also ich muss einfach im Kontakt bleiben und ich muss vielleicht auch einen Mehrwert bieten und ich muss vielleicht auch ein bisschen von meinem Wissen preisgeben, damit die Menschen tatsächlich sehen, ja, da ist wirklich eine Expertise da, also da sind wir wieder bei Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit. Zeige, wenn jetzt jemand sagt, er möchte mit euch in Kontakt treten, also er hat Lust einfach mal zu hören, wie ihr arbeitet, vielleicht auch und wenn das Angebot vielleicht auch für die Business Doc Hörer gilt, diese 30 Tage mal auszuprobieren, mit euch zu arbeiten, mit euch kennenzulernen. Oliver, müssen Sie das machen für die Zuhörer, Zuschauer von Business Doc, diejenigen, die von Ihnen kommen, denen bieten wir sogar zwei Monate kostenlose Arbeit an, damit sie noch mehr Zeit haben, um wirklich uns kennenzulernen, zu verstehen, womit wir uns zu anderen unterscheiden und die Resultate zu sehen. Okay, super Angebot, vielen, vielen Dank, es war jetzt nicht abgesprochen vorher, ich wusste auch gar nichts von diesen 30 Tagen, also das ist natürlich super, wenn wir da schon wieder einen Mehrwert geboten haben, vielleicht, also alle die, die es tatsächlich interessieren, die sich an den ZG und die Agentur wenden wollen, wir werden natürlich alle Verlinkungen in die Shownotes nehmen, wir werden dann vielleicht vereinbaren, damit ihr auch wisst, dass die Leute das gehört haben und dann haben wir jetzt schon mal wieder einen neuen Mehrwert in zwei Monaten Gratisarbeit. Ich bin aber sicher, dass viele sich vorher für euch entscheiden werden, weil so wie du es heute beschrieben hast, glaube ich, ein wirklicher Mehrwert auch dafür entsteht. Ich habe aber auch gesehen, auf eurer Internetseite gibt es ebenfalls Tipps und Hinweise, ihr habt ja selber einen Blog, den ihr betreibt und auch selber genau diese Hinweise für die Praxen rausgebt, also zu sagen, was sind gute Tipps, was sind gute Hacks für den Bereich Marketing, Praxismarketing, also auch da gibt es viel, viele Informationen und viele Möglichkeiten, sich erstmal mit euch in Verbindung zu setzen beziehungsweise auch auseinander zu setzen und natürlich werden wir eure Verlinkung auch in die Shownotes nehmen und nochmal der Hinweis, Sergej ist mit seinen Leuten oder ich weiß jetzt nicht, wer von euch da ist, aber am 6. 7. ja auch in Dortmund mit dabei auf der Veranstaltung und auch da nochmal die Möglichkeit persönlich einfach Kontakt aufzunehmen und vielleicht einfach mal in Interaktion Austausch zu gehen. Du weißt, zum Schluss meines Interviews gibt es immer die kurze Frage-kurze Antwort-Runde, die würde ich jetzt gerne einläuten bei uns. Die Zukunft der Medizin, wohin entwickelt sich die Medizin aus deiner Sicht in den nächsten 5 bis 10 Jahren? Kurze Antwort, ja. Schwierig. Das weiß ich nicht. Ich bin leider kein Osteunomus oder zum Glück, aber das, was sich auch in 100 Jahren denke ich, nicht ändern wird, ist die Bereitschaft, die aktuelle Trends der Medizin und der Vermarktung umzusetzen. Also diese zwei Bereiche. Wenn ein Arzt wirklich als Unternehmer erfolgreich reagieren möchte, muss er sich um zwei Bereiche kümmern. Sein Produkt, also seine Medizin und an die Zeit, die an die Zeit angepasst werden muss und seine Darstellung nach außen. Denn sie können die letzten Technologien der modernen, sagen wir, Fettabsaugung als Schönheitschirurg beherrschen oder seit vier Generationen Zahnarzt sein. Aber wenn keiner darüber weiß, was hat es dann für einen Nutzen? Wir leben in einer Welt, wo nicht die Ersten regieren, sondern die Besten. Einfach mal nicht das erste Smartphone, Facebook nicht, das erste soziale Netzwerk, Google nicht, die erste Suchmaschine, Tesla nicht, das erste Elektroauto, Telemedizin, Blockchain und Artificial Intelligence können kommen. Dann wird unsere Aufgabe sein, richtig zu reagieren und die Trends in unserer Arbeit umzusetzen. Sehr cool, hat so noch keiner gesehen. Das ist aber wirklich ein sehr, sehr spannender Ansatz. Was bedeutet für dich das Thema Gesundheit? Gesundheit, okay, womit verbinde ich Gesundheit? Mit Gesundsein. Man kann mental und physisch gesund sein und wenn man mental und physisch gesund ist, ist meiner Meinung nach glücklich. Wenn man mit, was ist für mich Glück? Wenn man mit einem Lächeln morgen aufsteht, weil man sich auf den Tag, auf die Aufgaben, auf die Erlebnisse freut und aber auch gleichzeitig wenn man den Tag mit einem Lächeln beendet. Das sind für mich so die Zeichen der Gesundheit und des Glücks. Schöner philosophischer Ansatz auch an der Stelle. Welche Eigenschaften sollte ein Arzt als Unternehmer mitbringen? Jeder Unternehmer, der etwas erreicht hat, schafft es vor allem durch fleißige Arbeit. Ob ein bekannter Bäcker, der seine eigene Bäckerei leitet oder sagen wir der bekannte Henry Ford, der die Automobilbranche für immer verändert hat. Die harte Arbeit ist das einzige, was jeder von uns wirklich kontrollieren kann. Sie können ihre Arbeitsmoral selber bestimmen. An ihrem Talent hingegen können sie nicht wirklich arbeiten. Bei uns gilt es ausprobieren, ausprobieren und noch mal ausprobieren. Ob, wie einer ihrer Gäste, Dr. Ralf Jäger in seinem Interview erwähnt hat, die Offenheit gegenüber anderen Dingen etwas Neues auszuprobieren. Sehr geehrte Ärzte, wenn wir heute über die Vermarktung sprechen, haben Sie als Arzt schon Infoabende organisiert. Erfolglos? Dann versuchen Sie vielleicht Facebook-Videos, auch ausgetestet und nicht wirklich die Resultate erreicht. Dann können Sie versuchen, mit lokalen Unternehmen Radiosender zu kooperieren, Broschon auszutauschen, Live-Videos online veröffentlicht. Sie können Blog auf der Webseite führen und, und, und. Wenn ich jetzt so zurückdenke, habe ich genau durch Sport diese Arbeitsmoral in den jungen Jahren angeeignet. Seit ich viereinhalb bis zum 16. 17. Lebensjahr hatte ich ungelogen täglich Sport auf Feiertage, Geburtstage, egal was. Einmal die Woche Fußball, zweimal die Woche Tennis, einmal Golf, zweimal Karate und Ähnliches. Und an dieser Stelle muss ich auch meinen Eltern ein großes Lob geben, denn das Einzige, was ich in der Kindheit wollte, ist eine neue Sportart auszuprobieren, zu testen, ob sie mir Spaß macht oder nicht. Und als Unternehmer müssen sie sich diesen Drang nach neuen, besseren Wegen aneignen. Ja, sehr schön. Ich habe gerade es mir in den Sinn gekommen, ich habe letztens ein Interview gehört mit Jörg Löhr, der hat genau das auch gesagt, wenn eine Strategie nicht funktioniert, ändere sie. Wenn die Strategie nicht funktioniert, ändere sie. Wenn die nächste Strategie nicht funktioniert, ändere sie. Aber bleib dran und nimm das, was dann funktioniert und was dir Spaß macht. Genau das Gleiche von einem der bekanntesten Persönlichkeitsentwickler hier in Deutschland. Sehr, sehr schön. Gibt es ein Buch oder einen Film, der dich in der letzten Zeit besonders mitgerissen, motiviert oder erreicht hat? Immer schwierig, solche Tipps weiterzugeben, weil ich finde, sowas hängt schon sehr von der Lebenssituation, Lebensphase ab. Aber wenn wir vom Arzt als Unternehmer sprechen, allgemein würde ich das Buch von Peter Thiel empfehlen. Das ist einer der erfolgreichsten Investor in unserer Zeit. Das heißt auf Deutsch Zero to One, wie Innovation unsere Gesellschaft rettet. Zero to One, wie Innovation unsere Gesellschaft rettet. Das ist Buch und Film, sagen wir Revolver von Guy Ritchie. Da wird jeder was finden. Sehr schön. Und die letzte Frage, gibt es jemanden, den du uns als Podcast für diesen Podcast empfehlen kannst? Aus dem Medizinbereich? Gerne aus dem Medizinbereich. Also der erste, der mir gerade eingefallen ist, via Doc Mo. Er wird euch, das ist ein YouTube-Kanal von einem Medizinstudenten aus LMU, München. Und er wird euch bestimmt vieles Nützliches darüber erzählen, wie man einen Mehrwert der nächsten Generation von Patienten schafft, um sie langfristig an sich zu binden. Das finde ich hochspannend. Ich habe das, glaube ich, schon mal in einem Interview gesagt, es gelingt sehr selten, junge Mediziner, beziehungsweise auch Mediziner auf dem Weg zum Mediziner sein oder werden zu gewinnen. Ich habe das schon mal als zwei kurz vor dem Interview, die haben dann abgesagt, warum auch immer. Ich habe gar nicht Werten und auch trotzdem sehr wertschätzen, diese beiden. Aber ich fände es sehr schön, mal jemanden hier reinzubekommen, der vielleicht auch als Influencer unterwegs ist, der sich in der Öffentlichkeit jetzt schon darstellt und mal seinen Weg beschreibt, wie er sich das in der Zukunft vorstellt. Also wäre ich sehr erfreut, wenn das klappt und danke für den Tipp an dieser Stelle. Oliver, ehrlich gesagt haben wir schon viel über Osmin geredet. Erzählen Sie uns doch, was uns im Sommer in Dortmund erwartet. Ja, vielen Dank. Das tue ich ja immer vor jeder Veranstaltung, vor jedem Podcast, gibt es auch mal einen Veranstaltungshinweis. Also die Veranstaltung in Dortmund am 6. 7. im Signal Dünner Park ist ja genau das, was wir hier auch im Interview besprechen, nämlich wir gucken uns die Seite der Medizin mal von einer ganz anderen Seite an. Also wir schauen, dass wir den Topf aufmachen oder den Deckel vielleicht von dem Topf nehmen, also vom Medizintopf nehmen, um mal Bereiche in die Medizin reinzulassen, die vielleicht gar nicht so bekannt sind und die für die Medizin, aber der Zukunft aus meiner Sicht unglaublich wichtig sind. Also wir schauen uns, wir haben Redner, wir haben zwölf Speaker da, wir haben den B2B Bereich da, wir haben die Möglichkeit mit den Rednern und Speakern zu lernen, also aus der Persönlichkeitsentwicklung, wir haben Universitätsprofessoren da, wir haben Leute aus dem Marketing da, wir haben aber auch Ärzte da, die ihre Erfolgsgeschichte zeigen, also du hast gerade Dr. Ralf Jäger angesprochen von MediOne, der eine unglaublich tolle Geschichte zu erzählen hat, wie man auch mal live sehen kann, also mit dem, was er da macht, mit seinem Professor Dr. Werner da, der auch schon hier im Podcast gewesen ist, der Universitätsprofessor beziehungsweise der Leiter der Uniklinik Essen-Duisburg, also hochspannendes Thema, wir sind Gott sei Dank von zwei Verlagen unterstützt, also von dem Thieme Verlag, vom Springer Verlag, die das nochmal redaktionell und deutlich machen, Osmin hat sich beteiligt an der Veranstaltung, freut mich auch wirklich sehr drauf, also eine hochspannende Sache, aber danke, dass du nochmal darauf hinweist und die Karten sind ab sofort über die Seite www.startup-praxis.de auch online, aber wir wollten gar nicht so über mich sprechen, sondern es geht ja um euch, ich sage dir ganz lieben Dank für deine Zeit heute Morgen und dafür, dass du uns hier im Podcast mal zur Verfügung gestanden hast und mal ein bisschen Einblicke gibt es in eine Welt, die für viele Mediziner ja noch sehr neu ist, nämlich in das Thema Praxismarketing auf einem sehr ganzheitlichen Weg, auf einem Weg, der auch digital sein kann und für alle, die zugeschaut haben und zugehört haben, danke fürs dabei sein und wie immer zum Schluss denken Sie daran, uns zu bewerten bei iTunes oder YouTube und bleiben Sie unternehmerisch und das Schlusswort hat wie immer mein Interviewgast. Wir reden ja heute über Vermarktung, wir haben heute über Vermarktung geredet und eine Bitte an alle Ärzte, machen Sie bitte aus Ihrer Mark, aus Ihrem Unternehmen, aus Ihrem Namen, keine permanenten Werbekampagnen, mit Werbesprüchen, Sie ständig nur darüber zählen, wie gut Sie sind. Denken Sie vor allem erstmal über den Mehrwert, welchen Sie schaffen können. Und zweite Sache, Oliver hat es gerade angesprochen, liebe Podcast-Zuhörer, liebe YouTube-Zuschauer, wenn Oliver euch in irgendeine Form Nutzen gebracht hat, mit seinen Interviews zum Nachdenken angeregt hat. Angeregt, ja. Könnte ich euch bitten, ihm eine Podcast-Rezension zu schreiben oder auf anderen Kanälen zu abonnieren. Sie müssen es nicht tun, aber es wird Oliver immens helfen, mehr Ärzte mit seinem nützlichen Inhalt zu erreichen. Und dritte Sache, Dankeschön, Oliver, für die Möglichkeit. Ja, sehr, sehr gern, hat mir sehr viel Spaß gemacht heute und ich freue mich, wenn wir uns dann im Juni in Dortmund sehen. Also, schöne Woche, bis dahin, alles Gute.